So, oh, das Skelett sollte man nicht mit dem Schwert bekämpfen. Ach, da bist du. Was versteckst du dich hinter der Leitlinie? So, was haben wir da unten? Eine Truhe. Stab der Verwandlung. Was machst denn du? Ja, du verwandelst den Gegner nun was. Transformiert das Opfer permanent in einen Huhn. Okay. Noch eine Truhe. Trankte Infravision. Ha, okay. Und alle aufgedeckt. Sehr schön. Oh, neuer Geist von Grün wahrscheinlich, ja. Was haben wir hier? Karte nicht verfügbar. Waren wir hier nicht schon mal? Okay, gucken wir kurz hier zu Ende. Und gehen dann zu diesem grünen Würfelbox-Dingens. Oh, das ist ja komisch, ey, gell? Oh, oh, sehr schön. Tada! Das heißt, wir haben eine Abkürzung jetzt, also von dem Bowser-Gate-System hier hin, den ganzen Weg zurück, also Karte nicht verfügbar, und dann oben in den Turm, wo wir jetzt nach und nach hochgekraxelt sind. Das heißt, wir müssen nicht immer durch die ganzen Monstermassen da durchlaufen. Schon mal sehr praktisch. Was das hiermit auf sich hat, bin mir allerdings nicht so sicher. Da wird auch wieder irgendeine Abkürzung zurück sein. Was heißt? Hier war nix. Da war nix. Da, da war nix. Dann gib uns mal deine Aufgabe, denn du wirst auf jeden Fall eine Aufgabe haben, du obes Ding. Aber, reiner Geist, die Totgewalten grüßen dich. Mein Name ist Cera, und ich bin ein dunkler Ritter des allmächtigen Hanakon. Stellst du mich zufrieden und überträgst deine Magie an mich, muss ich nicht die Box zerstören, die dich vor der irdischen Welt schützt. Du kannst mich zerstören, wenn das dein Wunsch ist. Dann würde ich... Dann würde endlich meine endlose Gefangenschaft in diesem Gefängnis aus Gold enden. Und frage deinen Lord und Meister, ob er nicht aufhören will, mir seine Plünderer zu schicken. Da ich niemals meine Preiskräfte freigegeben werde. Ha? Du bist nicht unter seiner Kontrolle? Ich dachte, dass alle Reihengeister ihm dienen. Aber ich sehe, dass dies nicht der Fall ist. Mein Name ist nicht Cera. Ich stelle nur einen besessenen Körper dar. Warum sollte ich dir glauben? Das ist eine echt gute Frage. Es ist wahr. Schau mich an. Ich bin ein Wesen aus einer anderen Welt. Ich bin ein Mensch von der Erde. Mensch, sagst du? Was tust du hier? Ich wurde diese Burg teleportiert. Ich muss sieben Wächter von Hanakon töten, um wieder nach Hause zu kommen. Ich habe schon einen riesigen Wurm und einen roten Drachen erschlagen. Und einen Baum. Was? Du hast zwei Wächter erschlagen? Nein. Ich habe drei Wächter erschlagen. Jep, so ist es. Hier sind die Schlüssel, die sie bewachten. Vorzüglich ist es meine Freude, dir die Magie der Heilung zu geben. An einem Ort wie diesem kannst du sie gut gebrauchen. Oh, ja. Ja, 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 ja. Das ist viel besser als Heiltränke. Allerdings kann ich dir mein Wissen nur durch die magische Macht der Raune übertragen. Es war auch echt zu viel verlangt, dass mal einer dabei ist, der einfach sagt, hier, nimm. Du musst nichts für mich machen, nimm einfach. Ist gut. Nein, wir müssen entweder irgendwas für sie erledigen oder man kriegt es nur, wenn man irgendetwas macht. Aber na gut. Eine Allraune also. Wo kann ich eine finden? Die letzte von ihnen existiert oben in den Gärten. Sind wir nicht gerade oben in den Gärten? Und wenn ich sie finde, was mache ich damit? Wenn es eine Pflanze ist, wächst sie aus Sprossen, richtig? Ziehe ich sie einfach raus? Aus der Erde ziehen? Nein. Allraune sind sehr empfindliche Pflanzen. Es ist notwendig, sie in einem speziellen Behälter umzusetzen. Der nächste Gegend schon auf der Liste, den wir besorgen müssen. Ein weißer Marmortopf natürlich. Unter dem großen Korridor der Lichter gibt es einen Ort, an dem die Töpfe aufbewahrt werden. Fällt es noch einer übrig? Ah, Korridor der Lichter war dieses komische Fünffelder lange Ding, ja? Verstanden. Ich hole den Topf, finde die Allraune, topfe sie um und bringe sie zurück. Sonst noch was? Bestimmt grüne Essenz. Du brauchst grüne magische Essenz, um ihn sauber zu besprechen. Dir ist mein Wissen offenbar, Junge, Freund. Okay, bis bald. Grüne Essenz 109 von 100. Das ist schon mal sehr gut. Äh, Cera? Du erzählst mir, dass die reinen Geister nicht gegen ihren Willen hier sind. Wie erklärst du dir das? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht... Cera, sie haben dich getäuscht. Dein Meister ist in Wahrheit ein Entführer. Nichts macht Sinn. Dieser reine Geist sollte dem Meister dankbar sein, da er sein Leben für den Schutz und die Fürsorge der puren Geister opfert. Aha. Na, mal gucken. Also unser Held scheint echt vergessen zu haben, dass er eigentlich nur fantasiert. Aber gut. Lassen wir ihm an ihn glauben. Für uns umso lustiger. Äh, ich habe jetzt nicht so wirklich Lust, nochmal durch die ganzen Fliegen und Facehugger durchzugehen. Ich glaube, ich mache einfach so. Speicher kurz ab. Gehe dann in den unteren Garten teleporten und einfach nach rechts. Dann müssen wir gucken, wie wir unter den Gang kommen mit den ganzen Lichtern. Hm. Auch fragt, ob genau unter dem Gang gemeint ist oder ein ganzes Feld unter dem Gang. Also wenn ihr wisst, was ich meine. Schauen wir aber gleich mal. Ja, ich hätte einfach die Abkürzung nehmen können. Ne, dafür ist sie doch da. So, genau hier. Unter dem, ne? Gucken, ob Cera irgendwann was sagt. Oder unser Held. Feld 1. Feld 2. Feld 3. Feld 3. Ah, irgendwo war ein Staffel mit ganz vielen Töpfen gewesen. Daran erinnere ich mich gerade. Äh. Nur wo? Ja, unter dem, ne? Genau. Shift 1. Zurück dahin. In den unteren Garten-Teleporter mal wieder. So, und jetzt nach unten. Und dann nach rechts. Und dann war da irgendwo oben in so einem Kartenfeld. Also unten oben. Ja, ihr wisst schon. In so einem Kartenstück wie dem hier, halt oben irgendwo eine Ecke. Waren ganz viele Töpfe. Und ich hatte mich gewundert, dass es eine Anspielung sein sollte. Oder was auch immer. Da ist das Klo. Oh, war knapp. Ja, und du solltest weg. Und wieder raus. So, Taka, 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 Taka. Taka, Taka. So. Einfach ganz oft schießen und demnächst neue Pfeile kaufen. So. Grüne Sands, grüne Sands. Schade nicht, wenn wir sie jetzt schon sammeln. Wir werden sie zum Heilen später auch noch brauchen. Und wir haben 190, und zwar gerade, aber davon sind 100 Stück nachher wieder weg. So, und da oben rechts sind die Töpfe. Gute Arbeit, Fröschen. Mehr grüne Sands. Mehr, mehr, mehr. Ähm. Hä? Wir waren da oben schon mal, das weiß ich. Ah, okay. Alle Gegner müssen tot sein. So. Tada. Weißer Marmortopf. War jetzt nicht ganz so schwer. Und die Arraune war oben im Dingens-Buffis. Wo wir da mal hier sind. Und jetzt, nachdem wir fünf- oder sechsmal unten reingegangen sind, gehen wir jetzt mal oben ins Gate. Hier nämlich. So. Und jetzt würde ich gerne weiter nach oben. Ja. Ist was Neues zu sagen? Nö. Lauf, Fröschli. Piu, piu. Piu, piu. Keine Chance. Hier fehlt noch ein Licht. Da ist eine Treppe in der Mitte oben. Und den da müssen wir anstürmen. Nee, müssen wir nicht. Laufen wir einfach weg. So, und die könnten Leitern benutzen. Deswegen kommt der Frosch jetzt mal weg. Wow. Oh, sind ja zwei ineinander. Das ist zur Hölle. So. Oh, 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 oh. Die Heiden viel zu viel ausmachen. Viel zu viel Schaden. Äh, nicht Fröschli. Der andere ist tot. Au, 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 au. Au, 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 au. Und weg. Okay. Äh. Das Eisdingens muss wieder belebt werden. Du da. Wieder beleben. Vielleicht hilft der uns hier irgendwie ein paar Stilte einzufrieren. Ansonsten müsste ich mal wieder zum Waffenhändler gucken, ob der neue Hämmer hat. Weil Punkte zum Verteilen müssten wir noch überhaben. Richtig? Einen. Und wir sind Streitkolben eigentlich auf Max. Ja, okay. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen komisch, dass wir den einen Endgegner, also den Baum, den Baum mit einem Stab quasi umbringen konnten. Und stinken alle Gegner, wie die Skelette, mit solchen Problembreiten. Aber ja. Wir könnten ein paar davon den Junid verwandeln, aber... ...stelle ich mir jetzt nicht so toll vor. Rüstung beschädigt. Oh, wart mal, ich könnte meine Rüstung reparieren. Vielleicht macht das hier was. Auch wenn die Skelette irgendwie nicht einfließen. So, spring runter. Oh, wir können beim Runterfallen umbringen. Kommen alle her. Also halbwegs klappt das zumindest. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Die müssen wir hinterher schlagen. So. Ting, ting, ting. Was war das hier für ein Shop? Waffenshop, der aber nichts hatte, richtig. Und wo es komische Räume gibt, wo wir nicht hinkommen. Hammerne Schmieds. Repariere. Rüstung. 18 Münzen. Die nicht. Und die Ringe haben auch alle Schaden. Okay. Oh, wart mal. Repariere. Zauberstäbe. 8 Münzen. Haben trotzdem keine Ladung. Äh. Okay, kann sie vielleicht Sachen wieder aufladen? Nö, ich kann nur kaufen. Schade. Hm, nö. Da hin. So. Jetzt zu der Treppe, über dieser Treppe. Laut Helmchen dahinten, ignorieren wir. So. Dich ignorieren wir nicht. Schade. Breitschwert. Magischens und Heiltränke. Oh, geil. Vier Stück. Ja, ähm. Da. Schnelltaste zur Null. Noch ein Secret Label. Also erst mal Lampen. Und die Tür aufmachen. Hab ich die Tür schon aufgemacht? Achso, das war das da rechts, ne? Okay. Und was mit der Tür hier rechts? Ha. Kann man nicht nochmal irgendwo irgendwas? Nee. Okay, dann müssen wir dich ja doch umbringen. So, rote Senz. Hoch. Auch nix. Okay. Und das... Oh. Seltsam. Mein Telefon vibriert. Ja. Mutter? Hallo? Mutter? Daniel, wo bist du? Das Essen ist fertig. Mutter? Ich bin in einer Art mittelalterlichen Burg voller Monster gefangen. Also kommst du nicht zum Essen. Hörst du mir nicht zu? Ich sagte, dass ich in einer Burg gefangen bin. Dass ich hier nicht rauskomme und schon gar nicht nach Hause kann. Warum hast du mich nicht angerufen und gesagt, dass du nicht zum Essen kommst? Hä? Verdammt, weil ich kein Signal habe. Im Mittelalter gibt es keine Mobilfunk-Sendemassen in den Türmen der Burg, weißt du? Wenn du kein Signal hast, wie kommt es denn, dass ich mit dir rede? Ich weiß nicht, Mutter. Du machst mich wuschig. Okay, stell dir ein paar Makaroni in den Kühlschrank. Und wenn du zurück bist, tust du in die Mikrowelle, okay? Und gib den Unsinn mit dem Rollenspielen auf. Hör zu, ich. Mutter? Verdammt, sie hat aufgelegt. Sie hat einfach aufgelegt. Mal sehen, ob ich jemanden anrufen kann. Nichts, kein Signal. Gott, es ist unmöglich, dass meine Mutter mich hier anruft. Ich kapiere das nicht. Naja, es ist alles nur eine Halluzination. Oder Traum oder was auch immer. Das passt schon. Schon wieder so eine Pflanze. Wie viel gibt es davon eigentlich noch? Was sollte ich eigentlich noch gucken? So, Schnittwaffe sind ein Ding besser. Oh. Du bist auch ziemlich gut gegen Bienen. Hops. Hops. Ah, nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Das war jetzt nicht so schön. Ah, nö, nö. Danke. Hey. Hat er mich einfach runterbrochen. Aber nee. Ich speichere erst mal ab und teleportiere mich wieder nach oben. Das ist ein dicker Einfacher. Also bis gleich. Das muss ich jetzt nicht so schön nach oben. Aber oft wird es nicht so schön. Ich schätze.